Bisschen weiter nach links. Ah, nee. Ja, gut. So ist perfek- Nein. Moin, Leute. Ich bin's, Laser Luca. Ich bin wieder am Start. Bubble. Nicht lachen Challenge mit Sandra und Luca. Schön. Schön, wieder dabei zu sein. Schöne Challenge. Mag ich auch total gern. Die Regeln. Keiner darf lachen. Das war's. Ich lach nicht. Das ist nicht disrespektvoll gemeint. Aber ich finde, wenn, ähm, wie hast du mal die Nation? Was? 25, dann geht alles nur noch den Bach runter. Und du hast keinen Sch... Digger, ich hab verlernt, wie man ne... Bro, wie schreibt man eine 5? Digger, warte mal, hä? Warte mal, hä, Digger? Ah, okay, so, so, so. Oh mein Gott, Digger. Ich kenne es bei mir auf der Tafel unterschrieben. Weißt du, wie? Das ist 3-mal verschrieben bei seinem Namen. Vape? No. Recorder. Am meisten feiere ich dir die Crocs. An den Ohren. Was? Ihr hattet Crocs als Ohrringe, hast du's nicht gesehen? Bist du, Leute, ich bin hier gerade im Baumarkt und... Oh Gott, da braucht mein Kameran. Ich suche einfach meine Freunde einen guten Elektro-Rasenmäher. Ich lach nicht. Jetzt jetzt übrigens fragen, warum ich so nass aussehe und so fertig. Ich wurde vielleicht gerade von dieser Dame hier die ganze Zeit in eine Wasserschale reingedrückt. Was ist mein Lieblingsgetränk? Bier. Cola Zero, Junge! Was ist mein Lieblingsalkohol? Bier. Wodka, Junge! Virus bin ich? Keine Ahnung, 1,40. Nein, 1,53. Was ist ich am liebsten an? Schlappen. Bist du denn, Junge? Komplettes Video könnt ihr euch bei TikTok anschauen. Peace out. Laser Luca. Peace out. Peace in. Warum macht er das? I woke up with a new Bugatti, die IMAX trifft. Schau dir, Video, Video Snack. Schau dir, trich daran. Oha, neue? Blau. Jede Woche. Du magst auch gerne Käse? Ich mag Käse? Ja. Käse ist meine Leidenschaft. Sag bloß. Ja, ehrlich. Ehrlich jetzt? Ja. Du nimmst mich auch nicht auf den Arm? Nein, ehrlich. Ich auch doch. Du auch? Ja, sicher. So stell ich mir Lukas' Date vor. No joke. So stellst du dir mein Date vor? Ja. Wenigstens hab ich Dates. Schon die Extensions hinter das Ohr? Ich hab keine mehr. Was? Ja, ich bin jetzt nämlich eine Independent Woman. Wer? Ich. Gefragt hat. Das könntest du eins zu eins machen. Moment, du hättest in deine Nase zu. Du riechst es nicht. Hast du nicht so was gespielt früher? Doch. Ich hab das immer am Sitzen gespielt. Hey guys, it's Mala Isaac. And today I'm gonna walk into KFC and stay there until I see a black person. Let's see how long it takes. Fuck, Lukas. Thank you guys for watching. Make sure to like, comment and subscribe. Das ist zwar so genau das gleiche, was ich ja damals auf Lucroo gemacht habe, das Video endet wenn, aber der macht das in real life und das ist so lustig. Wer gefragt hat. Ich hab sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu nah gekommen. Cooler wäre es neutral anzusprechen. Ja? Sie sind nicht zu nahe genommen. Sie haben diskriminiert. Ich hab diskriminiert? Ja. Okay. Ist das schon wieder der Kerl? So süß, der entdeckt Filter. Heftig. Heftiger Kerl. Frederik, 4 und 8, was hat er? Ey, was haltet du denn? Give me a Goom Boom. Pow. 5, 6, 7, 8. Boom Boom. You speak English? Äh, nee, eigentlich Deutsch. Ist in Ordnung. Ey, ich weiß... Ey, Nidl, nimm das doch einfach als Werbespot. No joke, Alter. Das wäre so krass. Ey, ich liebe solche Videos. Was sind wir? Die asozialen Mittelfinger. Ja, richtig. Die asozialen Mittelfinger. Asozialen Mittelfinger. Genau. Ey, hohe Leute. Heute war aber ein Scheiß-Tag. Scheiß-Durchfall gehabt. Ganz klar, so ein Mist war so. So viel Spaß, da bin ich gehält. Tableto-Roto, war Besuch. Bis dem. Das ist das für ein Tier. Kann es sein, dass du dumm bist? Ey, Leute, es ist Pommesgut. Hier sind voll die üblichen Mädchen, alles. Aber, Leonie, du weißt Bescheid, du bist ja noch die übste. Ey, Leonie. Kein Herz für Leonie. Hast du mal acht Stunden gefühlt in einem Unterricht? Sag, ich war im Herbst acht Stunden. Guck mal, Leute, bei mir war immer erste, zweite, dann kommt Pause. Nach Pause, ich war nicht mal da. Weil ich hab... Das hatten wir schon mal drin, da? Nee, wir hatten sie schon mal drin, aber nicht den Satz. Aber die ist ja quasi wie du. Ja. Wir wollten nur den Ball testen. Das ist Köln, ne? Immer im Köln, diese Scheiße. Es gibt einen sehr schönen Spruch, Freunde. Wenn du hässlich bist, so wie ich, aber einen schönen Charakter hast, dann bist du trotzdem hässlich. Oder Wallah, das bringt einfach... Passt zu Luca. Die hat fünf Millionen Likes auf dieses Video. Wenn Großeltern oder irgendwelche Senioren einfach dumm einen Filter nutzen und gar nicht klarkommen, gar nicht wissen, was sie machen, die kriegen immer Likes. Ich like das auch immer. Weil es einfach sympathisch ist. Buchstabier mal sympathisch. S-U-M-P-A-T-E-S-C-H Ja, das war's jetzt mit dem Video. Lasst doch gerne mal nichts da. Ciao. Achso, an alle, die fragen wegen Podcast. Wir äußern uns am Sonntag zu. Dann noch.